und damit willkommen liebe leute zu einem weiteren trophy tipp bei division 2 diesmal die farbe steht ihnen sehr dafür müsst ihr ja alle spielkarten farbe einmal sammeln das ganze ding könnt ihr nachgucken wenn ihr die options taste drückt und dann hier auf fortschritt drüber geht dann am besten noch mal einmal 1 drücken dass sie rüber kommt zu die sie also den sammelobjekten hier wird unter datenbank rechts unten da reingehen ganz roter scrollen und ihr habt dann die ganzen spielkarten farben ja 12 11 13 dass wir den fall war mein trophy trigger das kommt natürlich im anschluss dann ja wo ich es freigeschalten habe und ja noch mal 12 13 so also eine spielkarten farbe in meinem fall jetzt hier kreuz muss 13 13 stehen damit die trophy kommt das ganze ding hat nur einen gewaltigen nachteil man sieht hier das ding ist gewaltig random das heißt wenn es doof läuft braucht ihr mindestens 24 stunden um das ding hier freizuschalten weil ihr braucht dafür einen gelben nehmt also mit namen versehenen npc der nur jede halbe stunde einmal in der gesamten freien spielwelt auftritt das ist das riesen problem und zusätzlich droppt da natürlich an random karten einmal hier was ich da zum beispiel von karo hier die karo 2 dann beim nächsten mal droppt da ja was ich herz 5 zum beispiel na also wenn es sehr doof läuft braucht die 24 stunden um das hinzukriegen das ganze natürlich real life gesehen keine serverzeit das heißt ihr könnt euch den boss einmal klatschen dann auslocken für eine halbe stunde lang also spricht nachdem er tot ist läuft der halbe stunde countdown würde was ich duschen gehen essen gehen wie auch immer und eine halbe stunde später wieder einloggen und den nächsten boss klatschen so funktioniert hat und es gibt auch zwei also der läuft einmal frei in der freien welt rum jede halbe stunde oder natürlich hier was schneller geht der zwei feste standpunkte oder zwei feste spawnpunkte wo man das machen könnte hier ist natürlich klar die operationsbasis hier wo ich jetzt gerade vorsteht das weiß ich aus und der ein fester spawnpunkt ist beispielsweise hier an dieser stelle kann man direkt hierhin porten hierhin laufen den boss klatschen wie gesagt halbe stunde später noch mal einloggen den nächsten boss klatschen und so weiter so oder alternativ natürlich hier wenn das die festung haben sollte die district union arena hier an dieser stelle ist er hier hier dazwischen drin könnt ihr euch hierhin porten an diese stelle und dann hierhin laufen also sprich hier rüber laufen und dann kommt ihr hier durch hier rein da ist der zweite spornpunkt die zwei spornpunkte sind immer fix da also jede halbe stunde immer da also entweder hier oder da beziehungsweise spawnt der hier und da aber ihr könnt jeweils nur einen einzigen klatschen weil sobald ihr ein nehmt npc also mit namen versehen in gelben npc weggeklatscht hat die spawnt der auf der gesamten freien spielwelt das heißt jede halbe stunde halt nur maximal ein kill möglich der nachteil ist natürlich auch noch dabei wenn ihr je sterben solltet die spawnt der auch na also kill oder ihr ihr killt den dann ist er weg oder ihr oder er gilt euch so gesehen also ihr sterbt dann ist er auch weg dann ist die halbe stunde dann das war für den arsch so gesehen so jetzt ziemlich aber gerade was war dahinter dass sie das hier seht was ich damit meine wieder nimmt npc heißt und dann im anschluss hier ohne mann gelabert in dem fall kommt dann das hier wo ich dann die trophy schlussendlich freigeschalten habe ihr seht ja selber oder habt ihr gesehen mit dem 12 11 13 12 und so weiter dass ich gewaltig viel pech hatte mit den drops von den verschiedenen karten beziehungsweise eine spielkarte in farbe bis ich schlussendlich die kreuz 13 vor 13 hatte aber jede halbe stunde mal kurz einloggen den boss klatschen und gut ist also überhaupt kein act so ich tingle jetzt mal gerade hier runter dann seht ihr das nämlich dann nur das was ich meine zwar hier unten kommt dann hier diese gruppe man sieht schon hier im hintergrund hier habe ich nur noch zu weit weg dass man die namen sieht so hier ist der gelbe soll in dem fall jetzt hier molly southpaw nielsen heißt mein gelber hier wenn ihr den jetzt um klatscht hier dann droppt der eine karte aber wie gesagt hier wo ich den letzten gekillt habe hier kommt jetzt dann gleich im anschluss aber ich denke mal es ist relativ selbsterklärend die halbe stunde einmal einklatschen und gutes ja ich wünsche euch viel spaß dabei beim farmen und vielleicht hier oder was heißt vielleicht mehr glück hier wie bei mir in meinem fall dass es bei euch schneller geht und ja geht natürlich übrigens bei der auch direkt nach dem prolog könnt ihr damit direkt anfangen hier mit dem nehmt npc wenn ihr wollt und ja wünscht hat eine haut rein viel glück dabei servus ciao und